So, ja, wenn man da dann Headshot und so ein Quatsch alles machen muss und dann auch immer noch zu viel, ne? Ja, na klar! Oh man, ey! Heute haben sie keinen Aim, Alter! Das ist richtig schlimm. Uhu, danke! Jetzt haben wir den Arsch gerettet, Alter! Wir übernehmen die Anfalle! Ja, okay! Wir verlieren, bravo! Spionageflugzeug in Bereitschaft! Spionageflugzeug bereit für den Anlass! Boah, falsches Schacht, Alter! Habe ich! Der Typ, Mann! Aufklärung! Spionageflugzeug in Position! Höhe 7000! Spionageabwehrflugzeug 50%! Oh! Oh! Fahrschulschacht ist ein Sniper! Habe ich! Wir verlieren A! Wir verlieren A! Wie, wir verlieren A! Das war jetzt scheiße! Wir haben gerade so einen super Spot! Wir haben gerade so einen super Spot! Fuck! Wir in die Stocke schauen! Wir verlieren A! Wir verlieren A! Wir verlieren B! Wir verlieren B! Shit Oh, lol, ey Wo sind die? Kann ich B einnehmen? Ah, ne? Also nicht? Feindliche Spionageflugzeug im Anflug Jawoll Ich seh mich noch und er macht mich im Sinn zu decken Wir verlieren B Haltet den Druck aufrecht Rieche, rieche, rieche Shit Wir haben Bravo verloren Oh, ich leide doch, alter Halbzeit Hohohohohohoh Kai, was da los? Ich habe hier in dem Spot alles weg gemacht Wie viel hast du mit Primär gemacht? Äh, beziehungsweise, äh ich habe mit 22 22 killstreak habe ich jetzt ich habe einen mit der semtex gemacht ich komme jetzt wie gesichert ich bin hier weg hier vorne die Rolltreppe bei mir wo ist der hin? ich weiß nicht wo er ist wir verlieren Charlie nein jetzt hat er mich weg gemacht kam keiner ich musste irgendwo gucken und dann schießt er mich oben von der Brüste weg ich war die ganze Zeit bei dir in der Nähe und hab gedacht ich pass auf dass wir uns von links entriegen was ich zu dem jetzt gesehen hätte dass du da in der Dingsmacht wir erobern ab hätte ich ja gerne auch gehabt nö schiffst das so schlitz Feindliche Spionage Flugzeug im Anflug Boah, der hat natürlich einen Totmacher, alter Totbringer Spionage Flugzeug im Bereitschaft Spionage Flugzeug, Sensoren online Was? Was? Übermittler Vektor für Nachmeinangriff Oh Leute Guckst du nur einen Moment aus der Tür, da kriegst du dich von oben ne? Mach den Deckel drauf, ab nach Hause Verpisst er sich, der Arsch Spionage Ampere Druck zur Reposition Naja So, wie ist es für dich geworden? 29,2 Schatz Spionage Ampere Druck Duning arsch